Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und heute zeige ich, was heute für einige Spieler neu ins Spiel reingekommen ist und das ist das neue Kaufsystem von Star Stable. Passend dazu nehmen wir uns eines der Eventpferde vor, denn bei Star Stable ist es nämlich so, dass ihr das neue Tool nur bei den neuen Pferden testen könnt. Und wie sieht das Ganze eigentlich jetzt erstmal aus? Star Stable sagte selber, dass die Hälfte aller Spieler das neue System testen können wird. Also wenn ihr schauen wollt, ob ihr das neue System habt, geht ihr einfach zu einem der neuen Pferde, also auf den Eventplatz, entweder hier oder beim Jorvik-Stall und klickt eines der Pferde an und ihr seht dann entweder das neue Kaufsystem oder eben das alte. Was bringt das neue Kaufsystem aber erstmal alles mit? Ihr habt hier oben die Beschreibung, hier unten habt ihr den Preis, hier habt ihr die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Farben hin und her zu switchen, die ihr auch durchsichtig gesehen im Hintergrund seht. Solltet ihr das Pferd schon haben, wird hier über dem Kauf ein bereits vorhanden gelistet werden. Dazu seht ihr links oben die Werte eures Pferdes und ihr habt die Möglichkeit auch nochmal über das Fell ändern mäßige dann, wenn ihr drin seid, eben die Fellfarben zu ändern. Und bei den Mähnen könnt ihr auch durch die unterschiedlichen Mähnen switchen. Dafür lohnt es sich meistens sogar teilweise durch die, durch euer Pferd hindurch zu schauen und auf das hintere Pferd zu gucken, denn ihr habt keine Möglichkeit das Pferd hier zu drehen. Das muss das aber meiner Meinung nach noch auf jeden Fall ändern, denn bei einigen Frisuren seht ihr überhaupt nicht die entscheidenden Mähnen und ihr habt so ein bisschen das Problem, überhaupt erstmal das Richtige für euch zu finden. Das ist sozusagen so ein bisschen schwierig und macht das Ganze so ein bisschen, ja, nagen wir mal ein bisschen umständlich teilweise dann und wenn man das Richtige für sich finden möchte. Wenn ihr hier auf Rassen ansehen klickt, seht ihr übrigens alle Rassen, die in der näheren Umgebung sich befinden. Hier jetzt gerade bei dem Morland Event sehen wir alle Pferde, die gerade vorhanden sind. Und übrigens auch in allen Farbvariationen, deswegen sehen wir hier auch drei Lipizzaner, zwei Lusitanos und eben einen der Andalusier. Soweit aber zu dem Event, doch das ist noch nicht alles, denn wenn wir uns nämlich hier eines der neuen Pferde aussuchen, besser gesagt eines der Event Pferde aussuchen, neu sind sie ja nicht, denn sie sind nicht nur die Pferde, die immer beim Tag der offenen Tür dabei sind. Nein, sie werden sogar auch demnächst aus dem Spiel genommen, zumindest die Lipizzaner der Generation 2. Wenn wir auf Personalisieren klicken, haben wir die Möglichkeit, einmal die neue Personalisierfunktion des Alters schon mal anzugeben. So können wir uns entscheiden, zum Beispiel ein erwachsenes Pferd hier zu nehmen, machen das Ganze dann zu einem Hengststute oder einem Wallach, nehmen wir einfach mal Stute, können hier das Ganze auch nochmal ein bisschen zufällig gestalten, machen wir einfach mal extra für das Video, mache ich einfach, sage ich ihm auch noch fünfmal und so wird unser Pferd dann heißen, 1, 2, 3, 4, 5. Fancy Angel wird unser neuer Lipizzaner der zweiten Generation. Und jetzt kommt der Clou, wenn wir es nämlich kaufen wollen, fängt erstmal das Pferd an zu leuchten und jetzt kommt das richtig Coole, denn wenn wir das Pferd bestätigt haben, läuft es langsam auf uns zu und wir haben hier die Möglichkeit, das Pferd in den Stall zu schicken oder eben es auch jetzt sofort zu reiten. Das sind also die neuen coolen Feature, die Star Sable hier mit eingebaut hat, die ich sogar richtig cool finde, denn jetzt haben wir so nämlich die Möglichkeit, auch direkt hier vor Ort uns nämlich direkt dann auf unser Pferd zu schwingen und müssen nicht dafür erst noch direkt in den Stall gehen. Ist für mich natürlich jetzt dann ein bisschen ein Problem, wenn ich es machen würde, denn das ganze Equipment, was ich gerade derzeit trage, ist ja auch noch auf meinem aktuellen Pferd. Aber ich klicke einfach mal auf jetzt reiten und ihr seht, ich sitze direkt auf meinem gerade eben frisch neu gekauften Lipizzaner der zweiten Generation. Damit habe ich gerade frisch mein neues Pferd gekauft und das andere Pferd hat sich dann dafür in den Stall verabschiedet. Finde ich gerade besonders cool, wenn man eben nicht nochmal direkt zurück zum Stall möchte und damit die neue Funktion ganz gut auskosten möchte. Damit sage ich aber auch Danke fürs Zuschauen, wünsche euch noch jede Menge Spaß auf dem neuen Reitsport-Event und bin gespannt, wie ihr die neue Kauf-Funktion findet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!